Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video zu leitstellenspiel.de. Heute geht es um das Wasserbedarfskonzept und da habe ich eine Beta im Spiel installiert. Die könnt ihr euch schon angucken, wenn ihr das wollt. Und zwar geht es darum, um die Anzeige bei der Alarmierung. Ihr könnt, wenn ihr an der Beta teilnehmen wollt und das einfach mal austesten wollt, wie sich das Ganze anfühlt und mir dazu Feedback geben wollt, könnt ihr einfach einen Einsatz in einem neuen Fenster öffnen. Dazu hier einfach bei einem PC auf diesen Alarmbutton mit der rechten Maustaste draufklicken und zum Beispiel in einem neuen Fenster öffnen, anklicken. Dann öffnet sich der Einsatz und ihr könnt da ganz normal alarmieren. Das hat sich bisher nichts getan. Wenn ihr allerdings hier oben an die URL, Fragezeichen, Wasser, gleich und dann die Anzahl des Wassers, was ihr für diesen Einsatz simulationsweise anfordern wollt. Also nehmen wir einfach mal 10.000 Liter Wasser. Dann muss ich da praktisch reinschreiben, Fragezeichen, Wasser, gleich 10.000. Ohne Punkt, ohne Komma, einfach hintereinander weg. So, ich mache das Ganze mal und dann wird jetzt hier für diesen Einsatz simuliert. Das ist rein die Anzeige. Der Einsatz an sich ändert sich kein Stück. Also es geht rein um die Anzeige hier bei der Alarmierung. Wenn ihr das wieder hier wegnehmt von der URL, das Fragezeichen, Wasser, dann ist auch wieder alles wie vorher und der Einsatz läuft ganz normal ab. Also in der Berechnung des Einsatzes ändert sich rein gar nichts. Es geht nur um die Anzeige, die hiermit getestet wird. Gut, ihr seht schon, ich habe an dieser Einsatzstelle ein LF20 vor Ort und das macht, ja, ich sage mal hier so ein bisschen, sorgt das für so ein bisschen Wasser an der Einsatzstelle. Ihr seht schon, weil ich jetzt hier 10.000 angegeben habe, wird 10.000 Liter Wasser an der Einsatzstelle benötigt. Das erfülle ich noch nicht. Wenn ich jetzt hier weitere Löschfahrzeuge hinzufüge, dann seht ihr, dass, ja, dass da ein Balken hinzukommt. Und ich alarmiere das Ganze mal. Jetzt bin ich wieder auf der normalen Seite. Wenn ich wieder meine Wasseranzeige haben möchte, dann wieder Wasser gleich 10.000. Und dann seht ihr auch schon hier, an der Einsatzstelle ist Wasser, auf Anfahrt ist Wasser. Und wie gesagt, wenn ich hier welche auswähle, dann sehe ich auch noch, was ausgewählt ist. Also ich sehe sehr schnell und einfach, wie viel Wasser ich ausgewählt habe, wie viel Wasser unterwegs ist. Jetzt gibt es ja noch Sonderfahrzeuge, wie zum Beispiel den Schlauchwagen GWL2 Wasser zum Beispiel. Diese Fahrzeuge erhöhen die Wassermenge um 25 Prozent. Das heißt, wenn ich mit 100 Liter anfahre, beispielsweise ein Löschfahrzeug mit 100 Liter Wasser drin, ich alarmiere dann zusätzlich noch ein GWL2 Wasser, dann habe ich nicht 100 Liter Wasser, sondern 125 Liter. Wenn ich also 2 Alarmiere, dann hat sich schon meine Wassermenge um 50 Prozent erhöht. Das wird alles schon live berechnet und wird auch alles praktisch mit eingenommen. Wie gesagt, aktuell geht es nur um die Anzeige. Es ist noch bei keinem Einsatz hinterlegt. Es funktioniert noch bei keinem Einsatz. Also in der Einsatzberechnung hinterher ist das noch völlig unabhängig. Es geht mir rein um das Feedback von euch. Ist die Anzeige so in Ordnung? Gibt es da Fehler? Wenn ja, meldet sie mir. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Testen. Und wir hören uns die Tage wieder. Bis dann. Danke. Ciao.